Kürzen oder so ein bisschen die Felsen ein bisschen voluminöser gestalten, okay? Okay, das war einverstanden damit, dass keine Angst war, du kennst das ja schon, dass es nicht schlimm ist, okay? Nur ein bisschen die Spitzen, das Fell ein bisschen pflegen, kürzen, okay? Dann bist du bald wieder hier raus, hm? Ja, da war große Angst. Ich mach dir erstmal, massiere ich dir ein bisschen dein Fell, okay? Nur ein bisschen. Ist das gut, ne? Ist das gut? Ja, siehst du. Okay. Guck mal, du bist bestimmt ein bisschen, ja, okay? Ja. Okay. Ich zie' euch mal kurzů und ich zie' euch mal kurz nach,� Pret many can und trage ein paarии deub Bethesde und dann bitte ganz ehrlich. Vielen Dank. So schön, siehst du, ist gar nicht so schlimm mehr. So schön, siehst du. So schön, jetzt mache ich dir noch ein bisschen nass, okay? Okay? Guck mal. Okay? Okay? Okay. 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 Jetzt gehe ich mal auf die andere Seite. Bisschen kalt. Bisschen. 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 Okay. Okay. Vielen Dank. Vielen Dank. So, und damit schneide ich dir ein bisschen die Spitzen, okay? Ja? Das tut auch nicht gut. 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 Vielen Dank. 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 Okay. 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 Gut, und das letzte ist dann für die Kupferhaut noch ein bisschen was, okay? Und dann bist du fertig. Und dann bist du fertig. Jetzt bist du schon fertig, siehst du, brauchst du keine Angst mehr zu haben, okay? Das war nicht so schlimm, siehst du. Okay, dann bis zum nächsten Mal, ne? Wiedersehen. Tschüss. Tschau. 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 Tschau.